Wenn man auf das Jahr 2023 zurückschaut, dann ist vor allem ein Thema omnipräsent gewesen, künstliche Intelligenz. Vor etwa einem Jahr war es soweit und die große, breite Masse konnte auf JetGPT zugreifen und das erste Mal erfahren, was künstliche Intelligenz eigentlich genau macht. Wie die Entwicklungen einzuordnen sind und was das für unser privates und berufliches Leben in der Zukunft heißt, darüber spreche ich heute mit Max Tinius in einer neuen Folge Mikro trifft Max. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mikro trifft Max und bei mir ist natürlich heute wieder der Futurologe Max Tinius. Hallo Max, ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Morgen Dirk, ich freue mich riesig wieder da sein zu können. Ja, heute wollen wir mal über das Thema künstliche Intelligenz reden und was das so für unser Leben bedeutet. Das ist ja so ein Thema, was die Menschen schon lange fasziniert. Also wenn man mal so guckt in Filmen, Büchern, Serien, da taucht das immer wieder auf. Also einmal natürlich irgendwelche denkenden Maschinen, große Dampfmaschinen beispielsweise, die sich selbstständig bewegen, aber eben auch Computer, die selbstständig Entscheidungen treffen, ein eigenes Leben für sich, einen eigenen Organismus bilden im Grunde. Ich persönlich finde das immer wieder spannend. Ich finde es auch ein bisschen beunruhigend aktuell, wie schnell die Entwicklung gegangen ist. Also ich habe ja eben gesagt, das ist ungefähr ein Jahr her, dass ChatGPT so in das Licht der Öffentlichkeit gekommen ist. Und wir wollten uns ja immer eigentlich eine von den 17 Lebensbereichen vornehmen, die du mal definiert hattest, also die Zukunftsbereiche. KI ist jetzt keiner davon. Warum eigentlich nicht? Naja, weil KI in allen dieser 17 Lebensbereichen vorkommt. Das ist so ein bisschen, als würdest du hier über Digitalisierung oder über Elektrizität reden wollen. Das hat schon einen grundlegenden Einschnitt in unseren gesamten Alltag und wird einfach das, wie wir zukünftig leben. Ja, wir werden neu drüber nachdenken müssen. Ja, schauen wir doch mal drauf auf die Faszination KI. Also wir haben das, glaube ich, letztes Jahr alle gut miterleben können, wie die Menschen auf einmal total enthusiastisch waren, ChatGPT zu benutzen, mit MidJourney vielleicht Bilder zu erstellen. Das Ganze ist jetzt teilweise ja auch integriert worden in Bing von Microsoft beispielsweise, also Deli 2, beziehungsweise mittlerweile ist es glaube ich 3 oder sogar 4, weiß ich gar nicht genau, wie weit wir da sind. Also da werden immer wieder neue Versionen eben auch veröffentlicht. Was denkst du denn, warum ist es denn für uns so faszinieren? Warum wollen wir denn uns quasi einfach durch Maschinen ersetzen? Weil wir geben ja schon einen Teil unserer Tätigkeiten, unserer Kreativität vielleicht in die Hände von der Maschine. Ja, das ist zumindest das, was wir hier annehmen. Und das ist auch so die alte industrielle Sichtweise, die wir auf künstliche Intelligenz haben. Da gehen wir immer davon aus, dass sie den Menschen ersetzt. Das kommt aus so einer alten Paradies-Saga noch heraus, dass wir irgendwann nicht mehr arbeiten, nicht mehr denken müssen, dass uns irgendwann wahrscheinlich alles in den Mund fliegt und so weiter. Und da ist nach der ganzen Automation und Robotik jetzt natürlich KI als das denkende Medium für uns so der letzte große Hebel, wo das tatsächlich passieren könnte. Dann lass uns doch vielleicht nochmal ganz kurz sprechen darüber, was ist denn eigentlich künstliche Intelligenz und wie unterscheidet sie sich denn von menschlicher Intelligenz, wenn überhaupt? Ja, das ist tatsächlich eine große Frage. Wir nennen das ja immer nur künstliche Intelligenz, weil wir 1953 eine Reihe von Mathematikern in den USA gesagt hat, wir brauchen Geld für ein Sommercamp und wir wollen da künstliche Intelligenz entwickeln. Da ist der Begriff hergekommen. Er wäre wahrscheinlich auch sonst aber entstanden, weil das Thema einer nicht menschlichen, sondern künstlichen Intelligenz viel zu großen Reiz auf uns ausübt. Und deswegen haben wir das wahrscheinlich auch so gemacht. Die Frage, die wir uns aber stellen müssen ist, ist künstliche Intelligenz überhaupt künstlich, wenn sie von Menschen programmiert ist? Wir haben uns in der Industrialisierung so eine Methode zurechtgelegt, wo wir immer versucht haben, Technologie zu beherrschen. Und aus dieser Geschichte heraus, dass der Mensch über der Technologie steht, ist im Umkehrschluss dann in vielen Science Fictions und sonstigen Erzählungen dann geworden, dass irgendwann auch die Technologie den Menschen beherrscht. Und dass vielleicht keines von beiden eintritt, das ist bei den Menschen gar nicht so im Kopf verwurzelt, weil wenn künstliche Intelligenz von Menschen programmiert ist, dann wird sie letzten Endes immer das machen, was wir ihr als Rahmen vorgeben. Und das merkt man auch heute, dass wir sehr gut auch aufpassen müssen, was künstliche Intelligenz macht, denn im Moment plappert sie eigentlich all das nach, was wir irgendwann mal ins Internet gestellt haben. Ob das richtig ist oder falsch, müssen dann wieder wir Menschen entscheiden und das ist eigentlich auch der Punkt, wo wir aber auch eine künstliche Intelligenz anders programmieren müssen, wo wir dann auch sagen müssen, die muss auch bestimmten rechtlichen Rahmenbedingungen folgen und so weiter. Zum Beispiel unser Grundgesetz wird zu etwas über 40 Prozent von so etwas wie ChatGPT maßgeblich missachtet, wenn es dann da um Gleichberechtigung, um andere Themen geht, die unsere Gesellschaft eigentlich auszeichnen und wie wir leben wollen. Das findet da nicht statt und das ist auch gleichzeitig ein Problem, weil wir natürlich, gerade jungen Menschen, die heranwachsen und sagen, das ist die Idee, wie wir Gesellschaft gestalten wollen, dann kommen die mit so einem Medium in Kontakt und sagen, das ist hier aber alles ganz anders. Da kann dann ein Missverständnis entstehen. Also deshalb müssen wir das Thema künstliche Intelligenz auch ganz anders betrachten. Wir müssen es nicht, wie viele Menschen immer glauben, regulieren und einschränken. Darum geht es gar nicht. Aber wir müssen eine klare Absenderkompetenz der Daten haben. Das heißt, wir brauchen im Prinzip nicht nur eine große, an der wir uns alle bedienen, sondern jeder Mensch, jedes Produkt braucht eigentlich seine eigene künstliche Intelligenz, sodass wir wie früher sagen können, von dem und dem Medium oder der und der Person kommt eben diese Meinung. Oder wir haben halt die Meinung all dieser Personen aus diesem Land oder was auch immer, sodass wir das eingrenzen können und für uns dann beschreiben können, was wir wollen. Denn sonst wissen wir eben nicht, woher die Informationen kommen und dann ist natürlich so für Fake News Tür und Tor geöffnet, weil du dann eben nur dieses eine Medium hast und da findet irgendwie alles vermischt miteinander statt. Wenn du aber sagen kannst, du möchtest nur aus diesem Personenkreis, aus diesen Quellen eine Meinung haben, dann kannst du das klar umreißen und dann bekommst du auch die Antwort. Aber da müssen wir auch noch viel Umgang mit künstlicher Intelligenz lernen. Genau und Ethik ist glaube ich ein ganz gutes Stichwort dabei, weil das sind so ganz wichtige ethische Betrachtungen, die man eigentlich erst nochmal machen muss auch oder die man im Zuge der Entwicklung mitmachen muss. Das darf man eben nicht vergessen. Für mich ist immer ein ganz gutes Beispiel eigentlich Social Media eigentlich mit einem sehr positiven Ansatz gestartet und über die Jahre einfach völlig, ja hat sich völlig in eine andere Richtung entwickelt. Da geht es gar nicht mehr darum, irgendwelche Freunde von früher wieder zu treffen, sondern da geht es darum, dass viele Anzeigen verkauft werden, dass Produkte gekauft werden und es geht gar nicht mehr so um den eigentlichen Kern, den Social Media ja ausgemacht hat, der ja sehr positiv war. Was müssen wir denn tun, damit es bei der künstlichen Intelligenz vielleicht nicht so wird? Das erste, was wir machen müssen, ist, wir müssen souveräne künstliche Intelligenzen schaffen. Also, dass jeder Mensch das Recht hat, seine eigene künstliche Intelligenz mit seinen eigenen Daten anzulegen. Also, dass man im Prinzip sich selber beraten kann. Das klingt immer erstmal ein bisschen affig, weil man dann immer sagt, ja ich kann ja auch selber nachdenken, aber das ist tatsächlich nicht so, wenn du einfach mal überlegst, wenn du irgendwo in einer schönen großen Stadt bist, wo du wohnst und sagst, da möchte ich jetzt gerne abends essen gehen. Da fallen einem in der Regel nur zwei bis drei Restaurants ein, in die man immer gehen kann und dann kann man natürlich irgendwelche Zeitschriften oder Internet durchstöbern und dann sagen, da möchte ich auch mal hin, aber das hat man dann auch gar nicht so die Zeit. Und dann kann man seine eigene künstliche Intelligenz fragen und sagen, wenn ich jetzt essen gehen möchte, was wären denn Restaurants, die zu mir passen? Und dann kann eben alleine auf deinen Daten etwas entschieden werden. Du kannst aber zum Beispiel auch fragen, welche Rentenversicherung oder welche Finanzanlage möchte ich haben, was passt zu mir? Und dann kann deine künstliche Intelligenz anhand der Daten, wie du lebst, wie du mit Geld umgehst, wie du das Leben gestaltest, tatsächlich dir eine Empfehlung machen, die dann wirklich für dich ist. Und nicht wie heute, wenn dir Dritte, also Unternehmen, die etwas verkaufen wollen, selber einen geheimen Algorithmus haben, der dir irgendwas empfiehlt, wo du aber gar nicht weißt, ob das wirklich für dich gut ist oder doch vielleicht eher für denjenigen, der es dir empfiehlt. Und das ist erstmal das Wesentliche. Wenn wir das haben und das hat jeder, dann gilt das auch für Produkte, dann gilt das für Regionen, dann können all diese Daten sehr detailliert und mit einer genauen Adresse versehen werden. Und dann musst du auch nicht mehr die Möglichkeiten von KI so sehr beschränken, weil du weißt ja dann, wer es sagt und wer ist der Absender und du kannst es genau abgrenzen. Und dann kannst du sie auch wirklich kontrollieren, dann kannst du daraus auch was Positives machen. Da kommen wir jetzt nochmal zu dem Punkt, du hast jetzt eben gesagt, ja dann habe ich da alle meine Daten. Da kommt ja natürlich dann gleich der nächste Punkt wieder rein, Thema Datenschutz und Datenhaltung. Wem vertraue ich diese Daten an? Weil die sind dann ja super persönlich, also noch viel persönlicher als das, was ich vielleicht heute in Social Media teile, wo ich dann vielleicht ja auch sage, ja ich habe da einen Namen, das ist aber nicht mein richtiger Name. Oder ich habe ein Foto und das verfälsche ich so, dass ich da irgendwie vielleicht nicht zu sehen bin oder was weiß ich. Oder ich zeige mich vielleicht gar nie auf den Fotos. Diese Daten, die ich dann dort teile allerdings, die sind ja sehr persönlich. Und irgendwie muss ich ja dann auch sicherstellen, dass da keiner rankommt und kein Schindluder mitgetrieben wird. Richtig und da sind wir tatsächlich auch in der technologischen Möglichkeit, aber wir setzen sie noch nicht um. Also heute ist das immer so, wir denken immer noch tatsächlich in sehr großen zentralen Archiven, auch Datenarchiven. Und wenn du dann so eine Tür öffnest, dann kommst du auch an sehr viele Daten ran. Und zukünftig, wenn jeder seinen eigenen Datencontainer hat, dann musst du nicht nur einen großen öffnen, sondern danach auch noch alle individuellen eigenen. Und dazu gibt es natürlich dann mehrstufige Sicherheitssysteme, die eben nicht nur auf einer Zwei-Faktor-Authentifizierung beruhen, sondern womöglich auch noch auf einem dritten Faktor, nämlich dass du dann tatsächlich mit deiner Iris oder deinem Fingerprint oder halt etwas, was nur du vor Ort haben kannst, auch nochmal bestätigst. Also es gibt nicht den absoluten Schutz, das kann man wirklich nicht sagen, aber es gibt schon Möglichkeiten, Daten so zu verschlüsseln, dass sie sehr viel sicherer sind. Und je kleiner die Portionen sind, desto größer ist der Aufwand, selbst automatisiert für Datendiebe, an diese Daten heranzukommen. Und das müssen wir natürlich herstellen. Dazu muss aber eine gesamte Infrastruktur geschaffen werden, wo Gesundheitsdaten fängt es ja jetzt an, die werden jetzt ja irgendwo gespeichert. Aber da ist eben immer noch die Frage, wie genau werden sie dann geschützt? Ist das halt alles auf einer Datenbank? Gibt es da verschiedene? Sind die redundant? Gibt es da halt, es gibt ja auch die Möglichkeit Daten so vereinzelt anzulegen in so vielen verschiedenen Datenbanken, dass du sie dann erst noch wieder zusammensuchen musst und so weiter und so fort. Also da gibt es Möglichkeiten, aber die werden heute oft noch nicht angewendet, weil wir aus der Industrialisierung immer noch wissen, wir haben große zentrale Systeme, da spielen wir dann alles drauf, also so einzelne Serverfarmen, da liegt dann alles. Nur wenn die natürlich offen sind, dann läuft natürlich auch alles ab. Da müssen wir wirklich umdenken lernen und uns mit der Digitalität auch wirklich auseinandersetzen. Und auch mal auf die ganzen Technik-Nerds hören, die ja dafür schon vielfach Lösungen anbieten und auch sagen, da geht mehr als das, was wir heute machen. Wo man dann aber sagt, ja, aber die Großen können das jetzt so schnell nicht umsetzen, das kostet ja alles wahnsinnig viel Geld. Es wird noch viel mehr kosten, wenn wir das nicht alles ganz schnell und ganz bald tatsächlich mal in die Hand nehmen. Du hattest eben auch schon mal so ein bisschen das Thema angerissen, wie gehen wir eigentlich mit KI um in unserem Alltag? Und wenn man mal so rumfragt im Bekanntenkreis, sind alle immer sehr fasziniert, aber es kommt auch ganz schnell so düstere Szenarien. Da hat es eben auch schon gesagt, die Maschinen übernehmen uns, ja, steuern uns auf einmal mehr oder weniger. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass diese Szenarien ja bisher zumindest nicht eingetreten sind. Also wir stehen ja auch noch ganz am Anfang. Was nicht ist, kann ja noch werden, heißt es dann oft. Und es entwickelt sich ja auch alles ziemlich schnell. Und eine Angst, die oft damit verbunden ist, ist, dass die Menschlichkeit verloren geht. Und ich habe gerade vor kurzem in einem Artikel gelesen, dass viele Prozesse von KI ersetzt werden können, aber gerade Prozesse im intermenschlichen Kontakt, also beispielsweise an der Rezeption im Hotel. Du kamst heute Morgen aus einem Hotel, weiß nicht, ob da jemand saß an der Rezeption. Mittlerweile gibt es ja auch schon einzelne Hotels, die eben niemanden mehr an der Rezeption haben. Aber das sind ja Punkte, wo man sagen könnte, nein, mit der KI geht auch ein Stück Menschlichkeit verloren, weil wir eben die Menschen an einigen Stellen, wo sie uns vielleicht wichtig sind, ersetzen. Sowohl als auch. Wir werden das, was wir in der Industrialisierung haben, diesen großen Standard, der für alle gilt, den werden wir verlieren. Weil wir keinen Status Quo mehr erzeugen müssen, sondern weil wir immer das sowohl als auch haben können. Und das heißt, wenn es weniger Standard gibt, wird es zwei Ausprägungen geben. Das eine ist eine totale automatisierte Ebene, also da wird es dann Hotels geben, da sitzt dann wirklich keiner. Das ist dann halt auch wirklich günstig. Und dann wird es die Ebene geben, die wird sehr viel stärker, sehr viel größer werden, wo es auf mehr Kontakt mit dem Menschen ankommt, wo dann aber im Hintergrund KI helfen wird, Prozesse zu steuern, damit eben dieser menschliche Kontakt stattfinden kann. So zum Beispiel auch bei Ärzten, die dann mehr Zeit für den Patienten haben und im Hintergrund Prozesse ablaufen können. Also dafür kann man sowas natürlich dann auch wunderbar einsetzen. Das heißt aber auch, dass wir uns tatsächlich erstmal Werte zurechtlegen müssen, anhand derer wir das Ganze machen. Und das tun wir im Moment nicht. Wir sind im Moment sehr orientiert an Technologie. Und wir versuchen immer einen technologischen Trend aufzugreifen und versuchen den dann schnellstmöglichst umzusetzen. Also vor anderthalb Jahren haben noch alle massig in irgendwelche witzigen Avatare in irgendeinem Metaverse investiert und gesagt haben, hey, wir brauchen irgendwie die Filiale im Metaverse, wir müssen da Avatare haben. Davor war es glaube ich noch Blockchain, was ein Riesenthema war. Dann kam irgendwann mal Web 3.0, wo einige Mittelständler die Hälfte ihres Jahresgewinnes investiert haben und Web 3.0 ready, was auch immer das heißt zu werden. Ich glaube, da haben einfach fahnsinnig viele Menschen gutes Geld verdient. Und das müssen wir heute halt anders schreiben. Wir müssen Technologie als etwas betrachten, was wertegetrieben ist. Wir müssen uns also erstmal überlegen, was will ich überhaupt? Und dann diese Werte konsistent auch fortführen und dann immer überlegen, jetzt kommen ja jährlich neue Sachen dazu. Und KI ist nicht das Letzte, was uns da überrascht. Da kommen noch viele Möglichkeiten hinzu, auch was KI alles kann. Und dann müssen wir auf Basis dieser Werte uns sehr konsistent weiterentwickeln. Denn was wir im Moment machen ist im Prinzip, wir versuchen immer so einen eintägigen neunstündigen Aufenthalt im Fitnessstudio zu machen, statt irgendwie jeden Tag 20 Minuten und das über ein Jahr. Was ist dann irgendwie sinnvoller? Und wir sagen immer, ja, das ist jetzt das Ding, da müssen dann jetzt alle rein investieren und KI überall. Und es gibt einfach viele Situationen, wo KI auch völlig fehl am Platz ist, wo das die Menschen auch einfach nicht wollen. Also wie zum Beispiel ich beim Einchecken ins Hotel. Das ist ein offenes Geheimnis. Ich gehe nur in Hotels, wo ich Menschen sehe. Wenn ich da irgendwie was nur mit KI machen soll oder mit irgendwelchen mehr oder weniger funktionierenden Touchscreens, dann ist das für mich kein gutes Gefühl. Es gibt andere, die sind da anders, aber diese Wahlmöglichkeit, dieses Sowohl-als-auch, das dürfen wir nicht vergessen. Es ist nicht mehr so wie in der Industrialisierung, dass wir diesen einen großen Prozess brauchen und je größer der ist, desto günstiger und besser ist der auch. Sondern wir haben einfach die Möglichkeit, ganz viele individuelle Prozesse für jeden Menschen zu machen. Dabei hilft uns KI, dabei helfen uns aber auch die Flexibilität der Menschen, die dann eben zunehmend wieder da ist. Wir müssen nur eben auch diesen Menschen die Zeit geben, weil heute wird ja vielfach der Fehler gemacht, dass man rechnet, auch in Unternehmen, ich kann durch KI Menschen ersetzen. Und dann wird immer gesagt, ja ich kann mit der Umsetzung von KI hier drei Arbeitsplätze streichen. Man kann aber, wenn man diese Menschen behält, mit der KI zusammen ein Zehnfaches oder bei drei dann eben ein Dreißigfaches. Der Potenziale, die da in der gemeinsamen Zusammenarbeit drinstecken, für das Unternehmen in neue Geschäftsmodelle und in neue Entwicklungen hinein investieren. Und diese Zeit müssen wir uns nehmen. Und wir müssen auch wieder verstehen, dass die Zeit, die wir in der Industrialisierung immer gespart haben, in der Digitalität mithilfe von KI nicht mehr zu sparen ist, sondern einzusetzen ist. Das heißt, wir müssen Zeit wieder investieren und nicht mehr nur einsparen. Und das ist auch ein Umdenken. Jetzt hast du den Arbeitsplatz ja schon angesprochen. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Man liest ja dann auch immer wieder, was alles da eingespart werden könnte. Du hast jetzt gesagt, man spart vielleicht dann zwei, drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein an der einen oder anderen Stelle. Da kommen ja immer gerne unsere Juristen ins Spiel, wo man sagt, naja, die lesen ja nur in Texten nach. Und das kann man alles mit der KI machen. Wenn du jetzt mal so ein Bild zeichnen müsstest von einem Arbeitsplatz in, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren, wenn wir mal davon ausgehen, da wird sich KI weitgehend etabliert haben. Wie wird das denn aussehen? Was macht die KI da und wie arbeitet der Mensch mit der KI? Oh, das wird in vielen Bereichen verschieden sein. Nehmen wir zum Beispiel mal die Juristen, weil du die gerade auch angesprochen hast. Da wird ja tatsächlich immer gesagt, das sind dann teilweise Standardfälle, Situationen, die kann man durch KI ersetzen. Das wird auch so sein. Allerdings dürfen wir ja nicht vergessen, dass KI viele Bereiche in unserem Leben neu strukturieren wird. Da wird es also ganz, ganz viele neue Gesetze, neue Regulatorien geben müssen. Und wir müssen natürlich eine KI, die über Gesetze entscheidet, auch immer wieder up to date halten. Wir müssen gucken, entscheidet die eigentlich richtig. Und auch dafür werden wir wieder Juristen brauchen. Also die Vermutung, die da eigentlich so im Raum steht, ist nicht, dass wir weniger brauchen, sondern tatsächlich drei bis fünfmal so viele, wie wir heute haben. Das ist so ein bisschen wahrscheinlich wie die Roboter in der Autofertigung, wo man dann sagt, naja, die ersetzen zwar einen in der Fertigung, aber brauchen eben mindestens auch noch ein, zwei, drei, vier Leute, die diese ganzen Roboter in der Fabrik warten. Ja, nicht nur das, sondern auch wenn du da clever mit umgehst, die dann Geschäftsmodelle und Weiterentwicklungen damit anstreben. Das geht ja jetzt nicht mehr darum, wie in der Industrialisierung und dieses Fehldenken haben wir dann oft noch. Wir haben dann jetzt einen Roboter und dann haben wir für 25 Jahre Ruhe, weil der wird dann produzieren. Das wird es so nicht mehr geben. Wir werden einen Roboter haben und da werden wir im nächsten Jahr einen anderen Produktionsprozess drauf aufsetzen. Dazu müssen wir uns aber überlegt haben, was bedeutet dann in der Automobilindustrie zum Beispiel überhaupt Mobilität? Wie werden Menschen sich fortbewegen? Und dafür brauchen wir dann eben wieder Menschen, weil dieses Kreativpotenzial und Neudenken kann KI einfach qua ihrer Programmierung nicht, weil sie ja nur auf bestehendes Wissen zurückgreift. Und dafür brauchen wir aber jetzt eben Neues. Die kann zwar auch viele Kombinationen schaffen, diese aber sinnvoll zu integrieren in kreative Umsetzung, Geschäftsmodelle, in Alltagsleben. Das wird ihr nicht so leicht fallen. Da fällt mir dann beispielsweise sowas ein wie Medizinforschung, wo ich mir ganz gut vorstellen könnte, weil da hast du relativ klare Prozesse und sehr klare Abläufe, dass man sagt, okay, das ist ein idealer Prozess für eine KI. Da muss sich dann eben keiner mehr hinsetzen und alle Sequenzen auswerten einzeln, sondern da lassen wir die KI drüber laufen. Und die Interpretation ist dann auch relativ vorgegeben, allein schon durch das Subjekt, was ich untersuche. Und genau dieses Denken ist wahnsinnig gefährlich, weil wir nämlich dann keine Fehler mehr machen. Das heißt, wenn wir dann eine KI haben, die immer richtig ist, dann kann das, das, wodurch die meisten Innovationen in unserem Alltag entstanden sind, in der Chemie, in der Technologie, in der Elektrizität durch Fehler, kann dann nicht mehr stattfinden. Das heißt, der Mensch als jemand, der Ergebnisse vielleicht auch fehlinterpretiert, das Komma an der falschen Stelle setzt, etwas unvorsichtigerweise irgendwo reinkippt, was da nicht reingehört, der fällt dann weg. Und Chaos ist tatsächlich eine unglaubliche Inspirations- und Innovationsquelle. Und KI ist, auch wenn sie für uns undurchschaubar scheint, aber sie ist nicht Chaos. Sie macht qua ihrer Programmierung immer den logischen nächsten Schritt, den logischen nächsten Schritt, das nächste passende Wort, die nächste passende Bezugsebene zusammenzuführen. Und da hast du schon das Problem, es muss alles zusammenpassen. Und Innovation passt nicht immer zusammen, sondern die kommt manchmal auch, wir sagen das dann immer, das sind diese sogenannten Sprunginnovationen, die passieren in aller Regel durch Fehler oder durch Zufälle, die du, wenn du sie versuchst zu konstruieren, so niemals hinbekommst. Schauen wir nochmal ein bisschen auf die Produktionsbereiche, also klassische Automobilproduktion, Möbelproduktion, was auch immer an Produkten produziert wird, technologische Produkte vielleicht auch, wird KI darauf auch einen Einfluss haben? Sicher. Wir werden das alleine schon dadurch haben, dass wir bestimmte Produktionsmuster vorher berechnen können. Also ein großer Automobilhersteller aus Stuttgart macht das bereits. Das heißt, die können die unendliche Vielzahl an Sonderausstattungen, die da im nächsten Jahr gebucht werden wird, relativ genau vorher berechnen und entsprechend vorbestellen. Und die können zum Beispiel auch Qualitätschecks natürlich über KI machen lassen. Das heißt, wenn du vorher vier Stunden für einen Qualitätscheck brauchst, brauchst du jetzt wahrscheinlich irgendwas um die vier Minuten oder neun Minuten, irgendwie sowas. Das ist tatsächlich etwas, wo KI dem Menschen wirklich sinnvoll etwas abnehmen kann und wo sie auch, da geht es ja auch um Standards, da geht es ja darum, dass genaue Standards eingehalten werden. Und da ist sie besser als wir. Wenn wir dann aber in die Entwicklung der Automobilindustrie gucken und würden das dann nur mit KI machen, dann würden eben immer nur Standards produziert, die wir schon kennen. Und das ist halt dann nicht mehr der richtige Weg. Und deshalb wird sich da in diesem Bereich eine ganze Menge ändern. Wir werden ohnehin anders produzieren, nicht mehr an so großen Orten, weil auch die ganze Technologie wird kleiner. Wir können dann im Moment werden sehr viele E-Autos kleinerer Stückzahlen. Die kannst du inzwischen in etwas größeren Garagen von 80, 90 Quadratmetern bauen. Und dann werden die dort vor Ort gemacht, stehen in der Mitte, haben Roboter, die chaotisch angelieferte Teile an die richtige Stelle in der richtigen möglichen Reihenfolge setzen. Dabei hilft KI. Das heißt, du brauchst nicht mehr diese vollkommen durchdachten, langen Produktionsstrecken, weil KI hier sinnvollerweise das Ganze dann an einer Stelle mit ein bisschen Denken übernimmt, wo der Mensch einfach zu lange brauchen müsste. Das gilt aber auch zukünftig bis hin zu Bahntakten. Also wir haben im Moment feste Fahrpläne und zukünftig wird KI, da bin ich mir sicher, in Asien passiert das auch schon berechnen können, wenn ich den Zug jetzt hier drei Sekunden oder 20 Sekunden vorher losfahren lasse, was bedeutet das für das Gesamtsystem? Wo kann ich dann deshalb wieder etwas aufholen? Das geht teilweise bis hin in die Stunden, die dann am Ende des Tages rauskommen. Und solche Sachen werden halt uns sehr, sehr unterstützen, nicht nur in Produktion, sondern auch in vielen Alltagsprozessen. Da kommt der Mensch einfach nicht hin. Aber dann eben doch diese Zufälle einzuplanen, auch wenn du so ein Taktsystem bei der Bahn mal nimmst, wo du dann auf einmal aus irgendeinem Grund einen menschlichen Fehler zwischen hast und auf einmal neue Möglichkeiten entdeckst, die die KI niemals berechnen würde. Also das sind dann wieder Sachen, da brauchen wir das Zusammenspiel. Und das ist das, was ich vorhin meinte. KI plus Mensch ist einfach eine Potenzierung der Möglichkeiten, weil sie eben Zufall mit Genauigkeit kombiniert und nicht nur das eine oder das andere schafft. Und wenn wir dann dahinter noch eine entsprechende Wertstellung haben, das heißt also möchten wir die gewonnene Zeit einfach für noch mehr Automatisierung und Produktion verwenden oder möchte ich die gewonnene Zeit dazu verwenden, für immer mehr Menschen eine Teilhabe und ein sinnvolles Leben zu ermöglichen und auch ein schönes Leben zu ermöglichen. Und an der Stelle sind wir tatsächlich gekommen, denn viele Menschen fühlen sich im Moment nicht wohl, fühlen sich im Moment auch in Städten nicht wohl, fühlen sich in ihrer Umgebung nicht wohl und mit der Politik nicht und so weiter, fühlen sich nicht verstanden. Da gibt es nicht genug, die zuhören. Und all das ließe sich mit KI nicht komplett lösen, aber es lässt sich zumindest in Ansätzen zu einer Lösung bringen. Du sagst ja auch immer, wir müssen uns unsere Zukunft so gestalten, wie wir sie haben wollen. Das ist ja so ein bisschen das Credo, was du immer wieder verfolgst. Was müssen wir denn bei KI tun, damit KI für uns so funktioniert, wie man sich das vielleicht vorstellen möchte und nicht in düsteren Endzeitszenarien vorgedacht bekommt? Naja, industriell sind wir gewohnt, dass wir in so einer Wahrscheinlichkeitswelt leben. Sehr defensiv. Wir richten uns nach dem, was kommt und versuchen uns anzupassen. Das macht in der Industrialisierung auch Sinn, weil die großen Systeme zu steuern, ist für uns gar nicht möglich gewesen. Aber wenn dann neue Trends, neue Ideen, die sich langsam durchsetzen, kommen, dann bereiten wir uns mal so langsam darauf vor, was da kommt. In der Digitalität wird das sowohl im Produktions- als auch in kognitiven und intellektuellen Prozessen anders werden. Da werden wir täglich neu denken können. Und dieses tägliche Neudenken müssen wir aktiv betreiben. Und diese aktive Seite, die haben wir in der Industrialisierung leider immer ausgeblendet. Das heißt, wir sind das nicht gewohnt. Wir müssen mehr Verantwortung übernehmen. Wir haben dadurch aber auch mehr Freiheiten. Und wir schreien zwar immer nach Freiheiten, aber viele Menschen sind dann, wenn sie eben doch diese Freiheiten haben, auch damit dann überfordert. Nicht, weil sie dumm sind, sondern weil sie das nicht gelernt haben, damit umzugehen. Das ist auch ein Grund, warum heute dieses von dir vorhin angesprochene Social Media so gut funktioniert bei vielen, weil es nimmt uns die Freiheit, die wir haben. Wir können dann wieder etwas Vorgegebenes in unseren Alltag integrieren, an dem wir uns entlanghangeln können, ohne selber etwas kreieren und gestalten zu müssen. Und das ist etwas, wo wir komplett neue Strukturen bekommen werden. Ja, lieber Max, das waren ganz, ganz viele tolle Denkanstöße auch vor allem, weil man kann natürlich für jede dieser Fragen, die wir jetzt eben diskutiert haben, wahrscheinlich nochmal unglaublich tief einsteigen jeweils und aus jeder wahrscheinlich eine einzelne Podcast-Folge zum Thema Künstliche Intelligenz machen. Da gibt es übrigens auch ein paar gute Podcasts, die man sich mal anhören kann, viele halt auch im englischsprachigen Raum. Als letzte Frage sei mal gestattet, dass du vielleicht nochmal sagst, was sind denn so die interessantesten Anwendungen, wo du sagst, das hat dich in letzter Zeit wirklich fasziniert beim Thema KI, wo du sagst, das hätte ich mir vor einem Jahr vielleicht noch gar nicht vorstellen können, dass wir so schnell dahin kommen. Das Allerwichtigste ist einmal zu verstehen, dass KI ein Large Language Model ist und das ist den wenigsten Menschen eigentlich bewusst. Die kann halt nicht nur Deutsch, Englisch, Französisch, sondern sie kann alle Sprachen. Sie kann DNA-Codes, sie kann alle chemischen, alle physischen Codes. Programmiersprachen ist ja auch so ein Thema. Programmiersprachen, sie kann all das und sie gibt uns das, was wir von ihr wissen wollen, auf Basis des gesamten vorhandenen Wissens, in der Sprache und in der Tiefe und in der Deutlichkeit aus, die wir von ihr gerne gerade hätten. Und ich habe mal versucht, etwas über dreieinhalbtausend Studien, die mir so in die Hände gefallen sind, durch die KI lesen zu lassen. Es ging mir darum, was denken Menschen eigentlich über Zukunft? Dann hat diese KI, also alle dreieinhalbtausend Studien durchgeblättert und hat dann für mich in einem einzigen Satz, das war meine Aufgabe, diesen beantwortet. Und da kam es dann irgendwie, die meisten Menschen denken, Zukunft heißt, ich muss mich mit ganz viel neuer Technik auseinandersetzen, ich soll Insekten essen und die KI übernimmt meinen Job. Für eine KI sehr selbstbewusst, das selber so zu behaupten, aber das ist im Prinzip das, was so eine KI dann natürlich schon auch kann. Und das ist für mich die stärkste Kraft, die uns gar nicht bewusst ist, weil sie kann all die Problemstellungen, die die Welt für uns hat, erfassen. Das heißt, wenn wir heute Nachhaltigkeitsberichte geschrieben haben, dann können wir in Zukunft genau sehen, was passiert an welcher Stelle. Eine zweite große Sache ist für mich, dass sie Menschen in die Gesellschaft zurückholen kann. Zum Beispiel haben wir das in Indien, da gibt es ja viele Menschen, die können nicht wirklich lesen und schreiben oder sind aber Bauern. Und die können jetzt mit einem kleinen Tool, was sie an ihr Smartphone stecken, die Qualität ihrer Ernte bewerten lassen. und die KI übernimmt dann das Ausfüllen der ganzen Formulare, mit denen diese Produkte marktfähig werden. Und dann kann man halt über bestimmte Zwischenhändler, die teilweise auch von den Vereinten Nationen gesteuert werden, diese Produkte von den Menschen abholen und die können dann, übrigens dann über Blockchain-Geld, weil ein normales Konto bekommen die nicht, dann halt auch einen Entlohn dafür bekommen. Und das sind für mich so Sachen, wo ich wirklich merke, dass KI einen Nutzen stiften kann. Das Dritte ist zum Beispiel, dass wir in der Agrarwirtschaft, wenn wir eine lokale Agrarwirtschaft haben, so wie wir das jetzt zum Beispiel in Städten wie Barcelona oder Kopenhagen oder Aarhus probieren, es gibt viele andere noch, errechnen, was die Menschen in den nächsten 48 Stunden wirklich essen werden. Und nicht nur in den nächsten 48, sondern wir können auch rechnen, was sie in zwei Monaten essen werden. Und wir können entsprechend Produkte heranwachsen, lassen und sie dann so ernten, dass sie innerhalb von 48 Stunden von den Menschen gegessen werden. Dadurch haben wir mehr Nährstoffe in den Produkten als heute, wenn diese zwei, drei, vier Wochen in Distributionsketten durch die Supermärkte sind. Und wenn die Menschen diese Produkte essen und mehr Nährstoffe zu sich nehmen, werden sie weniger krank. Und damit hast du dann wieder einen riesengroßen Effekt auf die Volkswirtschaft. Und das sind eigentlich so für mich die Effekte, wo ich bei KI sage, das sind wirkliche Leistungen, die über das, was die meisten Menschen heute immer noch damit machen, nämlich E-Mails schreiben, weit hinaus gehen. Ja, du hast es angesprochen. Ich wollte es gerade sagen. Also das sind natürlich jetzt Themen, die gehen ganz weit weg von dem, was wir heute eigentlich in vielen Teilen unter künstlicher Intelligenz bestehen. Das ist ChatGPT, fast schon der moderne Klassiker unter der künstlichen Intelligenz. Aber auch eben diese ganzen Bilderstellungsprogramme, die zwar faszinierend sind, aber ja erstmal nur etwas produzieren, was keinen Wert stiftet. Und da sind wir ja wieder bei deinem Thema auch von vorhin, dass es eben auch darum geht, Werte zu erschaffen mit der KI. Und diese Werte, und das geht eben nur in Tateinheit mit den Menschen. Also das schafft KI nicht von alleine, sondern wir müssen ihr dann schon die Idee geben, das in die richtige Richtung zu tun. Und jetzt kommen, um das nochmal abzuschließen, natürlich immer wieder die Menschen. Man kann ihr auch was Böses natürlich mit auf den Weg geben. Da muss ich jetzt auch ganz ehrlich mal sagen, Ich habe bisher in meinem Leben festgestellt, dass 99 Prozent der Menschen, mit denen ich zusammentreffe, wirklich positiv sind und auch wirklich in die richtige, gute Richtung denken wollen. Und es gibt immer Kriminelle. Wir werden das nicht verhindern können. Aber ich bin sehr, sehr sicher, dass wir es schaffen werden, mit ein paar klugen Gedanken und auch Sicherheitsgedanken KI in die richtige Richtung zu bewegen. Wir müssen uns nur bitte von industriellen Denkmustern der Zentralität und dass Technologie beherrschbar ist oder uns beherrschen könnte. Loslösen und einfach mal überlegen, einem Hammer geben wir auch die Macht, den Nagel besser einschlagen zu können als wir. Und wir können mit KI genau dasselbe erreichen, nur eben auf kognitiver Ebene. Und dieses Bild möchte ich den Menschen gerne mitgeben und sagen, es ist nichts anderes. Es ist nicht künstlich. Wir haben in Dänemark jetzt einen König Neuen bekommen. Der ist auch genauso künstlich, weil er vielleicht einfach da reingeboren wurde. Das ist auch nur eine Geschichte, die wir uns erzählen. Und über KI können wir uns Geschichten nicht nur erzählen, wir können sie auch schreiben. Das hoffe ich, machen wir. Beziehungsweise sogar schreiben lassen. Auch das hat ein Kollege von mir schon ausprobiert. Der hat sich nämlich eine gute Nachtgeschichte fürs Kind schreiben lassen. Das hat ganz gut funktioniert sogar. Ja, dann Max, vielen Dank dafür. Auch wenn wir jetzt wirklich nur an der Oberfläche des ganzen Themas gekratzt haben, war es, glaube ich, ein ganz, ganz wertvoller Einblick in das Thema. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen haben rund um das Thema künstliche Intelligenz, dann schicken Sie die uns doch gerne zu oder kommentieren Sie in Social Media und wir werden die dann in einer der nächsten Folgen in so einer Art, ja, FAQ, sagen wir mal, aufgreifen, wo wir die drängendsten Fragen von Ihnen auch klären können. Also schreiben Sie uns an podcast.dk.de oder kommentieren Sie unter dem YouTube-Video, dem Social Media Postings oder wo auch immer Sie uns hören. Und wir werden es sicherlich mitbekommen, da bin ich ganz sicher. Ja, das nächste Mal, Max, haben wir schon besprochen, was wir besprechen möchten, nämlich das Thema Arbeit. Und da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis mit der KI natürlich. Da werden wir auch viele Themen wiedersehen, die wir heute vielleicht besprochen haben. Aber es geht auch natürlich um Arbeitsmodelle in der Zukunft, auch in der urbanen Welt vielleicht. Was wird sich da verändern in der Zukunft? Und wie viel arbeiten wir dann eigentlich im Homeoffice? Und arbeiten wir vielleicht irgendwann mit einer virtuellen Brille oder nicht? Ich glaube, das sind so die Themen, die wir dann anreißen werden. Ich freue mich heute schon sehr, Dirk. Und das wird super spannend. Ich kann allen nur empfehlen, diesen sowie die nächsten 500 Folgen einzuschalten. Definitiv. Also vielen Dank nochmal für deine Gedanken heute und machen Sie es gut und bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.